Es war einmal, Schneewittchen, gelesen von Joe von Afing. Und die sieben Zwerge sagten, willst du unseren Haushalt versehen, kochen, betten, waschen, nähen, dann können wir dich hier behalten. Und es soll dir an nichts fehlen, 10 Quadratmeter, Brutto, wir können nicht rechnen, ich sag schon, drei für zwei Leute verstehen nichts für Mathematik. Ich mein, wir werden dich am Meter Abstand halten, nicht, gehst du von der Heischehergangs. Weisst du, die Zwerge sind langgewachsen, kurz geblieben, überwächt' dich, du riesige Rosika, massiv frisst von ihm einen Tellerrausser, sauft von ihm einen Päscher, ich kriege den Pappel, nicht in ihm einen Bettstatt miteinander. Ja, das mal nie. Man, da braucht die Alten mit den giftigen Äpfeln gar nicht mehr herschneiden, die machen immer selber den Gau raus. Ende Gelände. Man, ein Miegel warten, ein Miegel warten, nach dem Salz wieder. Nicht deswegen, Freunde. Geh schlafen auch, neben durchhalten, auf die letzten Kilometer, weil ich bin gelfe, sieh ich die Sommer auf, na, und ich bisschen Franz nachgehen, gell. Gute Nacht. Und dann auch, geh jetzt wieder eine Wente mit den Kärnten. Salve. Jetzt durchhalten. Abstand. Hygiene. Maske.